Und wie schade ich das? Wie werfe ich deine Handgranate? Sag mal. Limit erreicht. Okay. Das haben wir. Aber wir müssen in die Richtung. Ja, da kommen wir jetzt nicht lang, aber die haben wir schon mal umgebracht. Oh, da kommt so eine Riesenwelt. Warte mal, wie komme ich denn jetzt da? Muss ich da vorne rausklettern oder was? Ach, hier. Hier kann ich rein. Guck da. Äh, halte Alt links und S gedrückt, um dich hinunter zu beugen. Äh, E. Äh, E, 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 E. Okay, okay. Wie nimmt der zu beugen? Äh, was war das jetzt? Alt und S. Ja, verbar das. Hey. Geil. Guck. Okay, ich muss halt auch da lang. Alle langsam. Ja, wir schaffen die Chance. EINWIR 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 da hier war mir laufend als mega hier kann man ja überall lang alter wie metal ich würde mich erst hier so gucken alter ok jetzt habe hier ist medipec weiter höher medipec geht nur alter jetzt aber gänse auf mega feeling 3 a jr okay muh 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 rick Oh Aber alles aufsammeln. Ja, komm. Ja. Du verdammter Drecksack. Das neue Dimension des Krieges. Die Auslösung des Lebens in sich. So, 80. Geil. Munition haben auch wieder tolle. Komm mal die einfache wieder. Okay, da komme ich jetzt nicht rein. Müssen wir denn da lang? Ö, wie nicht, oder? Kann doch mal umschauen. Kann doch nicht. Nee, da kommen wir nicht. Kann doch nicht. Ey, ist nichts. Keine Ahnung. Äh. Kann der was blinken sehen. Okay. Jetzt bin ich wieder hier. Ah, der hatte noch was. Okay. Ja, ich suche mir jetzt hier gerade einen Wolf. Mir wird auch nicht irgendwo dieses Gelbe angezeichnet. Ob ich... Warte mal, was soll ich hier an dem Ding? Ah. Oh, das Rollensteinzeichen. So ein neumodischer Tankdeckel. Okay, da komme ich auch nicht rein. Die ist verschlossen. Ich gehe mal hier unten noch mal lang. Hier wird erreicht. Kommt auch nicht. Ja, äh, die Frage ist jetzt, wie kommt man jetzt hier raus? Da bin ich ja rein. So, komm mal da wahrscheinlich nicht mehr. Ja, was... Da ist zu. Auch nichts. Aber die Füße ist jetzt. Ne, okay. Wie schnell der rennen kann. Wuhu. Wupp. Okay. Nächster mit einer Granate. So funktioniert das. Mit einer Granate, komm mal hier rein. Da. Da. Da hat er sich selbst noch verbraucht. Oh, das war knapp, ey. Okay. Äh. Löööö. Geil. Na. Okay. Okay. Nehmen wir alles mit. Alles mit, was wir kriegen können. Jawohl. Jawohl. Das Geschütz. Äh, warte mal. Sollen wir hier. Brücke M an M. M. Wir sind das Gelbe. Und die Ausrufezeichen, da müssen wir hin. Also, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Holla, die Wald. Hey. Karte ansehen. J. Okay. Machen wir. Was? Die Kartenansicht. Mit der Kartenansicht kannst du deinen Fortschritt in einem Gebiet verfolgen. Eine Markierung weist dir die Richtung zu deinem nächsten Ziel. Wir suchen nach Kartenaktualisierungen, um der Kartenansicht weitere Informationen über das aktuelle Gebiet hinzuzufügen. Okay. Alles klar. Ich danke dir. So, das schießt. Das schießt nicht mehr. Das haben wir ausgestellt. Gut, das konnte auch so nicht mehr schießen jetzt, weil ja keiner das Ding bedient. Aber wir wollen ja nicht. In den Rückhalt. Rückhalt. Okay. Helm. Da haben wir noch mal sowas jetzt gekriegt. Das war uns mit einer Granate dabei erst. Okay. Alles klar. Granate wieder eingesammelt. Das ist mit Granaten zu dauerl. Granaten. Oh. Granate. Ich krieg von Granaten nie genug. Oh. Das hat geil. Die Grafik und so. Oh. Ich feier das gerade noch. Mega. Ich hoffe, ihr feiert das auch gerade. Oha. Okay. Ah, da muss man lang. Da ist zu. Nö. 130. Wie viel kann man denn von dem Medipack einsammeln? Das rechnet runter. Das will ich jetzt mal beobachten. Sonst, was man irgendwann, brauchen wir nichts mehr einsammeln. Ich weiß, es ist irgendwie Schwachsinn, oder? Wenn du sammelst so viel. Gut, okay. Wenn du ein paar Mal schießt, dann hast du wahrscheinlich Glück, dass dir das Leben noch ein bisschen bleibt. So, jetzt grau, grau ist, glaube ich, Standard. Ja. Wo soll ich denn jetzt hin? Da komm ich nicht lang. Alter. Pistole. Okay. Was haben wir denn? Pistole. Was ist das? Moon. War das nicht, wo wir gerade... Ja, da unten ist. Wir sind jetzt hier oben. So, wenn wir jetzt hier... Oh, Schützengraben. Ach, das ist, wo wir hier... Alles klar. Oh, M-Karte. So, wir sind da richtig. Kommen wir denn da weiter? Aber da ist ja dieses... Dieses Tunnel-Zeugs da. Aber wir sind ja da nicht mehr... Wir kamen ja da nicht weiter, weil das ja kaputt war. Äh, okay. Das ist jetzt aber ein bisschen weg. Naja. Okay. Okay, wir haben es doch geschafft. Boah, Alter, was krach, ey. Boah. Boah. Das war jetzt auch mit der Kacke. Das sag ich dir. Limit erreicht. So, wechseln wir wieder. So, Pistole. Minipack. Oh, Kopfschutz. Alles klar. Okay. Helm. Minipack. Ach, sammeln wir mal alles ein, was mal geht. Hä? Wir sind fleißiger Sammler. So, das ist schön. Limit erreicht, wir haben trotzdem genug. Alles klar. Schön gemessert, ey. Geil. So ist das. Ja, dann gehen wir mal weiter hier. Eieieiei. Geil, der Kommandantenhaus. Habe ich schon gemacht. Oh, Granaten. Schön. 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 Kommandantenhaus. Machen wir noch glatt. Schwupps. Du alter Stinker. Hehehe. Oh, den krieg ich auch noch. Oh, die schauen alle schon zurück zu mir. Das ist geil. Wie die alle aufpassen. Jetzt versuchst du. Oh, das ist jetzt besser versuchst. Na weere. Jetzt versuchst du.